was ich machen soll es ist typisch nein ach ja ich sehe schon das schnippeln was auch immer du gerade hattest bitte nicht ein peter mal den du versucht hast zu unterdrücken ehrlich jetzt leute was wollt ihr von mir was sagt es mir doch wir haben ja irgendetwas hier haben wir auch irgendetwas und die tür öffnet sich natürlich wenn man davor steht na sollte es das sollte es sich immer geben die öffnet sich wenn ich auf der plattform stehe ach so nach gott willkommen im nidl prinzip warum nidl prinzip ach ich habe keine ahnung ich habe auch keine ahnung gut jetzt bin ich hier reingekommen ich bin eine katze mau ok so öffnet sich die andere tür das bringt mir jetzt aber nichts wie öffnet sich diese tür wenn man eins und eins zusammen nimmt nicht die tür öffnet sich so und die andere tür öffnet sich so ach ja 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 irgendwie muss es ja gehen nein jetzt ist die tür offen ach nee jetzt sagt mir nicht dass die logik ist die ich denke die es ist es wird sicherlich die logik sein wo du denkst es genau diese logik sein wird dann ist es die logik dass wenn ich auf diese plattform wo ich hier gerade davor stehe trete sich die tschu da hinten öffnet und jetzt ist raus und das ist scheiße weil ich nicht weiß ob lehrer über die schneebälle springen kann da kannst du darüber springen ja kann sie kann sie kann sie schafft sie auch auch sie hat es geschafft okay ich habe die leiter erreicht ich habe die leiter erreicht und bin weitergekommen ich habe ein rätsel gelöst ein spannendes rätsel und das level beendet ich habe das level beendet und es waren doch nur zwei masken ich glaube ich muss nochmal in dieses level dann auch später nochmal zurück weil da unten ja noch was war okay egal das waren die katakomben von charlion ich habe 42 minuten und 26 sekunden gebraucht ein sequel gefunden 33 leute getötet oder dinge 930 mal geschossen davon 838 mal getroffen 4,5 medipecks benutzt und davon 3,4 kilometer gelaufen wow hat die mausdauer gut dann würde ich sagen das war es erstmal von tombwader für dieses level wir sehen uns dann sagen tschau und bis bald auf Wiedersehen hat die mausdauer Gonna ihr und also ihr auf und Vielen Dank.